20 Kilometer sind es bis zum Flugplatz. Dahin, wo Michael den jüngsten Neuzugang seiner Luftflotte für die anstehende Generalüberholung geparkt hat. Und das schon vor Wochen. Mike und Steve Fox betreiben auf dem Flugplatz eine Flugzeugwerft und reparieren da Flugzeuge. Wir konnten unser ganzes teures Werkzeug und Ersatzteile bei denen im Hangar im Regal einlagern. Und die haben natürlich auf den Flieger ein Auge. Wir fahren von hier aus zum Flugzeug. Los geht's. Bei der Überführung von Texas nach Arizona war die Albatros noch in erstaunlich gutem Zustand. Der Chef scheint weniger angetan. Wochenlang stand die Grumman jetzt unter freiem Himmel. Deutlich länger als ursprünglich geplant. Und das hat ihr offensichtlich zugesetzt. Trotz des materialschonenden Klimas. Holy shit. Die Spuren des Stillstands unübersehbar. I guess that she's a mess. Der hat gut gelitten in der Zeit, wo sie hier stand. Ja, sieht wirklich schlecht aus. Monate der Untätigkeit, die sich offensichtlich rächen. Wenn du so Probleme hast und weit weg davon bist, dann verkleinern sich diese Probleme natürlich. Wenn dich jemand dann mit einem Schulbus zum Beispiel bis vor diese Probleme wieder fährt, du steigst aus und siehst diese Albatros wieder, die in deinen Gedanken eigentlich immer kleiner geworden ist und eigentlich technisch kein Problem darstellt und du dann wieder vor diesem Riesenapparat stehst mit über 30 Meter Spannweite, mit den Motoren in 5 Meter Höhe, wo leider das ganze Öl unten rausgelaufen ist, dann wird dir wieder bewusst, was für eine super Idee das war, so ein Ding zu kaufen und wie viel Arbeit das jetzt sein wird, das mal eben kurz fertig zu machen. Oh, did I say I would fly to the North Pole in this? We're going to need to clean and abate these and treat these. These covers, these covers. It's popping rivets, Mike. We need a blend. I don't know what's this. And then here's the major... See the screws that popped out of the steel cap? This is our major no-go. Our ailerons and our flaps are major no-gos so we can't get her flying again. Wow. Wir sind das Flugzeug natürlich hierhin geflogen und der Zustand ist eigentlich genau so, wie wir es abgeparkt haben. Es gab zwischendurch ein paar schwere Stürme. Unserem Flugzeug ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber wenn man jetzt so einen Blick dafür entwickelt hat, dann kann man da einmal drüber gucken und dann explodiert so die Excel-Datei, was alles gekauft werden muss, an was allem rumgefummelt werden muss und wie viele Stunden das zum Schluss sind. Alter, ist das Arbeit, ey. In nur zwei Wochen soll die Grumman wieder fit sein. So fit, dass sie es bis zum Nordpol schafft. Und natürlich auch wieder zurück. Hier, komm mal her. Damit das jetzt hier mal losgeht, fangen wir wie folgt an. Alles aus dem Flugzeug geht raus, zwischen diesem elektrischen Steiger und dem anderen Flugzeug. Da bleibt alles liegen die nächsten zwei Wochen. Okay? Und der Marc fängt an, die elektronischen Teile auszubauen, dahin zu tragen. Der Thomas und der Tim. Okay? Ihr baut das hier alles ab. Ja. Lass mal die ganzen Panels ab. Ja, mach mal jetzt. Das sieht man an der Schuhe an. So. Und dann... Ja, und dann sehen wir mal. Fast alle im Team haben Michael schon bei der DC3 unterstützt. Geballte Expertise und Durchhaltevermögen sind das, was der Chef jetzt braucht. Weil wir wollen nicht damit aufs nächste Flugfestival. Wir wollen damit Richtung Nordpol. Und das ist wohl das Maximum, was du so einem Flugzeug zumuten kannst. Und deswegen muss das alles funktionieren. Und zwar alles. Da darf keine Rolle nicht gefettet sein. Kein Kabel nicht kontrolliert sein. Wenn egal, was unterwegs passiert, du in Amerika irgendwo stehen bleibst, auf einem Flugtag, wo noch tausend andere Flugzeugbekloppte sind, wird dir irgendeiner schon irgendwie dieses Ersatzteil finden können. Wenn du da mit 2000 Meilen in Kanada drin steckst und irgendwas fliegt auseinander, dann steckst du 2000 Meilen in Kanada ohne das passende Ersatzteil. Und das kann lange, lange dauern, bis du dann wieder wegkommst. Das Team hat alles, was es zum Schrauben braucht, schon beim letzten Besuch in Arizona vorbereitet. Trotzdem ist der Chef eher verhaltenoptimistisch. Das endet in einer riesen Katastrophe mit der DC3. In Deutschland haben wir ja wirklich viel gelernt. Aber das hier ist dreimal so kompliziert. Und zwei Brücken war von Peterslar schon weit genug entfernt. Und das hier macht die Sache, die Distanz, bestimmt nicht einfacher. Aber das Wetter ist gut. Alle haben Bock. Das Flugzeug ist noch da. Und unser ganzes Werkzeug ist auch noch da. Das Team ist diesmal auch auf alle Eventualitäten vorbereitet. Zumindest fast alle. There's a nice little bird's nest in the left engine I saw yesterday. Ach, das kann er nicht sein. Die Entmietung? Unausweichlich. Der Mike will jetzt, glaube ich, da den Vogel ausziehen lassen. Aber ein Hals rumdrehen ist ja keine Option. Der ist bestimmt am Brüten. Zumindest hat er sich häuslich eingerichtet. Hier, sag mal ganz kurz. Können wir den Vogel nicht mit seinem Nest irgendwie umbauen? Entspricht nicht ganz den Vorschriften und ist eine Sache für Spezialisten. Eigentlich. Oh, nein, nein, nein. Leave it in the nest. Give me the whole nest. Oh, you know. Okay. One moment. Lots of bird poo in my face. Okay. Okay. I'm gonna go take the bird nest and the egg. And put it, maybe somewhere the bird will come back. So we'll put it somewhere close. Yep. We need a tall, safe place for the bird's nest. Look, don't, don't, no, 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 no. Wait, 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 wait. I need a tall, safe place. Yes, if you touch it. I didn't touch it. No, it will, it's gonna abandon. But we put it on your head. It's a tall, safe place. Yeah, thank you. It's just, you know, they're all. Eine Ersatzunterkunft zu organisieren, ist gar nicht so leicht. Trocken, windgeschützt, einfach anzufliegen. Und sie muss für die werdenden Eltern gut zu finden sein. Und der Plan geht auf. Ganz offensichtlich. Und sie muss für die Hände. 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 Vielen Dank.